Da steht ein Haus auf der Straße. Das dachten wohl die Autofahrer in der Stadt Plano im US-Bundesstaat Texas. Dort hatte der Lkw, der ein historisches Haus an einen anderen Platz bringen sollte, schlapp gemacht und war samt Ladung auf der Straße hängen geblieben. Die Aufregung war groß, die Polizei eilte zum Ort des Geschehens. Schließlich konnte ein Traktorfahrer helfen und Lkw samt Haus wieder auf den richtigen Weg bringen. Untertitelung des ZDF, 2020